Ja hallo Leute, heute möchte ich euch mal eine iPhone App vorstellen und zwar die Apple Retail Store App. Ja die App gibt es zur Zeit nur im amerikanischen Store und die ist kostenlos und was sie jetzt kann, das zeige ich euch jetzt. Ja mit der App hat man den Überblick über alle Apple Stores auf der ganzen Welt. Das heißt Produkte kaufen, Produkte reservieren, Workshops reservieren und so weiter. Ja fangen wir mal an, die erste Kategorie, die ist Featured, da hat man einfach die neuesten Sachen dann drin, hier oben zum Beispiel der Banner, dann hier das neue iPhone, der neue Mac Mini, also einfach die neuesten Sachen. Kann man natürlich dann auch einfach antappen und dann gelangt man zu den ganzen weiteren Informationen. Ja dann gibt es die Rubrik Products, da kann man natürlich dann Produkte auswählen und auch kaufen, wie hier zum Beispiel das iPhone. Wenn ich das jetzt antappe, kann ich jetzt hier zwischen 3GS und 4 auswählen. Ich nehme jetzt hier mal das iPhone 4 und dann habe ich hier erstmal ein paar Informationen, also was das Ganze kostet. Ich kann natürlich dann hier die Kapazität und die Farbe auswählen und dann habe ich hier unten noch ein paar Optionen, also ich kann mir ein paar Fotos dazu anschauen, die Features, technische Informationen und so weiter. Dann gibt es hier natürlich noch die wichtigste Rubrik, nämlich Stores. Da kann man hier ganz einfach seinen Store auswählen, indem man hier auf All Stores und dann Deutschland und dann kann man seinen auswählen. Ich nehme jetzt hier einfach mal Rosenstraße und dann haben wir hier auch schon die ganzen Informationen. Als erstes natürlich Featured mit den ganzen neuesten Informationen, denke ich mal ist klar. Dann hier noch Events, also Events sind einfach Events, ja wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand in den Apple Store kommt und was erklärt. Das lädt hier gerade nicht, das hängt, denke ich mal, damit zusammen, dass es die App eigentlich auch nur in den USA gibt. Dann kann man sich hier natürlich noch Sachen reservieren, ja also wie zum Beispiel Genius Bar, One-to-One und so weiter. Ja, Genius Bar, einfach wenn man ein Problem mit einem Apple-Gerät hat, One-to-One, also diese persönliche Apple-Hilfe. Dann hier noch Personal Shopping, denke ich mal ist klar, Workshops auch und Business dann, wenn man einen Laden oder ein Geschäft hat und dann dort was einkaufen möchte. Ja, das war es auch dann schon zu der Store-Seite. Dann gibt es hier natürlich noch Search. Bei Search kann man hier oben einfach nach allem suchen, nach Stores, nach Produkten, nach Workshops, ja also kann man wirklich alles dann suchen. Und dann gibt es auch noch Card, also den Einkaufswagen, also wenn man es der Hand reserviert hat, kann man es dann hier vervollständigen. Ja, das war es auch schon zu der App und ja, der Link zum iTunes Store ist in der Beschreibung und vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.